Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Liebe Seminargemeinschaft, liebe Gläubige, der heilige Thomas schreibt in seiner Erklärung über das Credo Folgendes. Wir sollen auferstehen zu einem neuen, höheren Leben, indem wir alles meiden, was uns früher Gelegenheit oder Ursache des Todes der Sünde war. Und er zitiert gleich im Anschluss den heiligen Paulus aus dem Römerbrief folgendes Zitat. Wie aber Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferstanden ist, so sollen auch wir in einem neuen Leben wandeln. Dieses österliche, neue Leben haben wir vorbereitet durch die 40 Tage der Fastenzeit. Wir haben sie vor allem vorbereitet auch durch unsere Vorsätze, die wir genommen haben in der Fastenzeit. Und darum möchte ich heute der Frage nachgehen, was ist jetzt mit diesen Vorsätzen, die wir in der Fastenzeit genommen haben. Ich möchte drei Arten von Vorsätzen unterscheiden, die wir genommen haben. Die erste Art, das sind reine Bußwerke. Zum Beispiel hat sich der eine vorgenommen, jeden Tag einen Kreuzweg zu beten. Ein anderer hat sich gesagt, ich esse keine Schokolade. Ein dritter ist jeden Morgen um 5.30 Uhr aufgestanden anstatt um 6 Uhr. Alle diese Bußwerke, die hören mit Ostern auf. Diese Vorsätze, die gehen nicht weiter. Dann gibt es zweitens Vorsätze, die die Lebensbesserung betreffen. Zum Beispiel nimmt ein Priester oder ein Diakon sich vor, die einzelnen Stunden des Breviers noch mehr zu der Zeit zu beten, wo es vorgesehen ist. Oder die Seminaristen und Ordensbrüder achten vermehrt auf das Stillschweigen, wie es im Seminarreglement vorgesehen ist. Eine Familienmutter hat sich für die Fastenzeit vorgenommen, jeden Tag den Rosenkranz zu beten. Und noch ein letztes Beispiel, ein junger Mann. Er hat immer Mühe, am Morgen aufzustehen. Er bleibt so lange aus Trägheit im Bett liegen, dass er das Morgengebet auf dem Weg zur Arbeit verrichten muss. Und dieser junge Mann hat sich für die Fastenzeit vorgenommen, eine Viertelstunde früher aufzustehen, um ein gutes Morgengebet zu machen. Was geschieht jetzt an Ostern mit diesen Vorsätzen? Diese Vorsätze, die müssen eigentlich auch in der Osterzeit weitergehalten werden. Weil sonst ist nach zwei, drei Tagen der ganze Schwung weg. Und wenn wir nächstes Jahr am Arschermittwoch sind, dann fangen wir wieder an, wo wir vor 40 Tagen ebenfalls angefangen haben. Diese Vorsätze der Lebensbesserung sind sehr wichtig, dass man sie weiterhält, damit man nächstes Jahr für die Fastenzeit einen anderen Fehler oder zwei andere Fehler in Angriff nehmen kann. Eine dritte Gruppe von Vorsätzen, das ist eine Art von Vorsätzen, die eine Kombination sind, eine Kombination von Buße und Lebensbesserung. Zum Beispiel hat sich jemand vorgenommen, während der ganzen Fastenzeit keinen Alkohol zu trinken. Oder eine andere Person hat sich gesagt, ich reduziere den Umgang mit dem Internet nur auf das absolut Notwendige. Diese Art von Vorsätzen haben auf der einen Seite Bußcharakter, aber auf der anderen Seite sind es nicht nur reine Bußwerke, weil vielleicht man manchmal ein bisschen zu viel getrunken hat oder man hat zu viel Zeit im Internet verloren. Und da, für diese Art von Vorsätzen kann man sagen, das, was man sich in der Fastenzeit an Mäßigkeit, an Abtötung angeeignet hat, das soll helfen in der Osterzeit, dass man den Schwung mitnimmt, maßvoll mit diesen Dingen umzugehen. Natürlich hören diese Vorsätze auch auf zu einem gewissen Teil, aber es geht jetzt in der Osterzeit nicht darum, alles nachzuholen, was man verpasst hat, sondern diese Abtötung, diesen Schwung, diese Kraft mitzunehmen und mit solchen Arten von Vorsätzen nachher ganz mäßig zu sein. Ich fasse zusammen. Ostern befreit uns von den Bußwerken, entschuldigt uns aber nicht, weiter an unserer Lebensbesserung zu arbeiten. Liebe Seminaristen, ich wünsche Ihnen von Herzen eine gesegnete, gnadenreiche Osteroctav, erholsame Ferien und viel Kraft bei den Vorsätzen, die Sie auch in der Osterzeit begleiten. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 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 Amen.